Musik 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 Wie soll ich noch mal first person? Äh, V. Nicht F, sondern V. Als ob man nicht mehr ins Flugzeug reingucken kann. Oh, doch, geht nicht mehr. Okay, ähm, das haben sie raus gemacht. Okay, äh, Leute, ausstieg in... 3, 2, 1, go! Hier sind viel zu viele Leute. Hier sind ganz viele Leute. Hilfe, Hilfe! Okay, früh genug die Fight-Chimp. Fight-Chimp öffnet in 3, 2, 1, go! Hä, das geht gerne, wenn nicht mit V, die First-Person. Ja, die First-Person ist rausgenommen, okay. Ja, es gibt nämlich jetzt First-Person-Only-Server. Oh Gott, die will ich nicht spielen. Die will ich nicht spielen. Die will Crema nur noch spielen, Rector. Was? Ja, ich mag die auch nicht. Und mit dieser schockierenden Neuigkeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's Play. Popke! Ja, Popke! Ach, Chris, du kannst bald Game of Thrones etliche Staffeln auf einmal sehen, äh, Videos meine ich, von der aktuellen Staffel sehen. Wahrscheinlich. Sollt ihr jetzt mal, weiß mal, wenn ihr da den Themenwechsel wechseln? Ja. Nein, weil die gehackt worden sind. Fabio. Die neuen Folgen kannst du jetzt wahrscheinlich alle schon drehen. Okay, okay, mit dieser interessanten Neuigkeit wieder zurück ins Studio. Mit dieser Neuigkeit werde ich jetzt ganz kurz die aufmermunterbrechen. Bis später. Also die wird jetzt, äh, weißt du, die haben jetzt Donnerstag und die wird dann also quasi, also nächste Woche, Mittwoch wird die Folge kommen, also wenn jetzt die Folge kommen wird. Ich schätze mal, dass ich das jetzt hier mitnehmen will, weil ich das Update und, ja, ich hab's zwar noch richtig wahnsinnig viel auf Lager von Pupke, aber, ähm, Fast-Persen, geht doch. Leckt es bei jemandem? Ah, 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 ich, 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 bei mir leckt es gerade wie wild. Ja, bei mir auch. Ich ging da irgendwie halb zwischen den Containern. Ähm, nee, weißt du, also, das hat mir lange dauert, dass ich hier Sachen aufnehmen konnte. Ich kann gar nichts mehr machen, es leckt immer wieder. Ja, ich sehe, dass du da rumleckst. Ähm, pack doch mal deine Zunge aus. Äh, rein. Wrong. Okay. Mensch. Okay, Fast-Persen geht doch. Leck, leck, leck. Ja, aber es soll auch First-Persen ohne sehen. Was ich sagen wollte. Nein, das sagst du heute nicht mehr. Lecker Versuch. Ah, es leckt. Okay. Was Christian sagen wollte, die zweite. Die dritte. So kann ich nicht spielen. Leckt. Take fünff. Take fünff. Chris leckt zu viel, die fünfte. Da, 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 da. Oh Gott. Du kannst ja noch nicht spielen, okay. Nee, es leckt nur noch. Nie wieder Assessor, ey. BDE-User eben auch scheiße. Also bei mir geht's gerade mega gut, klar. Ey, bestes Update etwa. Es gab, ja, ein Update. Ja, gab's das? Und das, was ich umgelegt, noch spielen, also das, was wir jetzt spielen, und dann aufnehmen und das dann hochladen. Und es gibt noch wahnsinnig viele andere Folgen noch, äh, so, die noch quasi in, oh Gott, so kann ich nicht springen. Nee, ich kann auch nicht. Das ist so am Stottern. Ja, das ist nervig. Äh, die... Ja, was ist da los? Ich mache euch. Es leckt! Das ist los bei uns! Es geht voll klar hier. Nein! Ich kann da gerade die Grafik runter für den Fliegsleron. Eigentlich wäre ich schon die ganze Zeit hier durch, aber... Also da, wo gerade Mario war, aber ich fliege ja die ganze Zeit wieder runter. So kann ich nicht looten. Na, was? Ich war schon... Ich war drüber und dann plötzlich bin ich wieder unten. Die Restspiel müssen wir melden. Echt, ey. Report ist raus. Rucksackstufe 2. Ja, hatte ich schon. Der Rucksack packt weg. Alter, es ist jeder, glaube ich, ein Gewehr, das ist gut zu sein. Könnte aber ich... Komm da gar nicht hin! So, komm, 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 komm. Ja! Also noch nie habe ich mir so einen Scar verdient, ey, wie heute. Ich brauche ein Auto. Ich will in dieser Runde... Mein Ziel in dieser Runde hupen! Ja, das ist ja neu. Es fehlt schon mal kein Hupen. Hupen! Ich will kein Auto! Ich will auch hupen. Ja, ja, ja. Aber 2, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ja, schon klar. War mir schon vorher, klar, bevor du das gesagt hast. Ach, der Typ war... Melonen? Seit wann können wir Melonen hupen, hä? Äh, wir können nur... Wie wüns. Hier hängen zwei Typen auf dem Berg gegen Wald. Hier hängen zwei Typen auf dem Berg gegen Wald. Hier hängen zwei Typen... Hier hängen zwei Typen auf dem Berg gegen Wald. Ich wäre schon für ein Team-Kill. Äh, nur so eine Frage. Wo ist hier Wald? Da unten, aber ich... Der Berg steht um... Ist um Singel von einem kleinen Wald. Okay, was heutzutage als Wald durchgeht, ne? Naja. Hast du einen Baum auf dem Schulhof, ist das ein Wald? Ja, für Stadtkinder vielleicht wie dich, aber für Dorfkinder wie mich. Die schon richtig weiterlebt haben, ist das kein Wald. Ich habe auch einen richtigen Wald erlebt. Immer an einer Straße, links und rechts und dann Bäume. Ich wollte irgendwie was anderes erwähnen, so was... So eine andere Art von Wald. Nein! Weißt du, auf welchen Wald... Ich hoffe, wir haben jetzt nicht die selben Gedanken. Ich glaube, den Wald, der in Verbindung zu den Hupen steht. Ich glaube, das Video solltest du nicht bei YouTube hochladen. Aber okay. Ich weiß ja, für YouPont wäre das ein bisschen zu... Na, das wird leh... Leh, 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 leh. Warte. Arschel, warte. Komm mal ganz kurz ins Haus hier rein. Ähm. Oh, warum? Du bist da, ne? So. Christian. Ähm. Ich glaube, können wir aber regeln. Ich muss Sexmusik unterspielen. Warte, warte, warte. Ich bin in die First First. Ich bin in die First First, ne? Warte. Ja, das ist alles. Ach, Schütze. Schütze, Schütze, Schütze. Ja, der hat abgeschossen. Ach so. Umzaußen. Ah, Schütze, Schütze. Ähm. Michi, warst du das? Nein. Michi, das ist nicht lustig, wenn du es machst. Auffassen auf die Häuser. Lol, ist ja mal mega der Bug. Äh, Spieler vor uns. Äh, links Mario, äh, Michi. Äh, zwei Spieler. Sag mal, Nordosten. Mit Nordosten, Nordosten. Ja, läuft einfach mal ganz nötig. Ich hab halt nur Holo und... Oh, die sind aber so nah. Das sind drei Spieler. Drei, drei, ja. Gehen die ins Haus? Ja, ja. Mit denen würde ich mir erstmal nicht anlegen. Ja, weil... Vielleicht sind es sogar vier und... Ich hab den 1er, genau. Ich hab die nur zwei gesehen. Plätze waren dann dritter. Äh, ich bin vom Scope halt, er auch scheiße ausgerüstet für so'n Kampfeskott. Michi, wir müssen das jetzt irgendwie schnell verstecken, weil die werden kommen. Ja, ja, ich bin der hinter der Air Match. Okay, gut. Ich habe ein Schmerzmittel, ein Drink, 20 Verbände und vier Koffer. Ihr wisst schon, dass das hier der Scheiß-Pose ist, wo wir da sind. Ah, okay, vier Koffer. Äh, ist hier ein Spieler? Ja, das... Wo? Äh, Norden. Alter, wo siehst du denn da einen Spieler? Alter, ich muss mal mein Scope einstellen, das ist kacke so, ey. Wo ist denn da einer? Alter, Norden! Hinterm Stein jetzt. Das sind zwei Spieler aber, glaube ich, gewesen. Ich kann auf die Distanz nicht schießen jetzt. Ja, und ich hab halt die ganze Zeit draufschuss... Du musst nicht hören oder tiefer ziehen. Kein Schuss hat getroffen. Ich glaube, das war scheiße eingestellt. Auto. Kommt auf uns zu. Fährt da unten rum, ja. Fährt zu den Typen da oben. Ich bekomme Hit von, keine Ahnung wo, von irgendwo hinter mir. Hügel hoch. Oh, fuck it, ey. Warn hier stehen geblieben. Vier Spieler. Beim Wagen oder was? Ja, vor allem vom Raus. Vier Spieler. Alter, also treff ich nicht. Oh, Alter! Was? Alter, was? Fass direkt down. Ähm, mit FKS wurde es du ausgenommen. Kannst du krie... Okay. Okay. Gut. Alter, wie das denn? Wird nicht so melden. Einschläge neben mir wieder. Warte, irgendwie, keine Ahnung. Ich hab das Aimment verziehen. Äh, also... Äh, also... Na egal. Wird man tot sein. Äh, ich hab erstmal... Ja, doch klar. Wenn wir viele Leute aufschießen. Vor allem scheiße die Zone. Vor allem scheiße die Zone. Ah, 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 ich bin am Arsch. Okay, scheiße so zu zielen. Aber Michi, du bist auch tot? Ja, ja. Ah, das kann ich jetzt gar nicht mehr... Oh! Wie ist he! Ja, ich habe es auch gemeldet. Cheating. Ja, cheater! Wir waren alle Seiten, wo ich gerade geschossen bin. Hey Team Dang 8 Oh, machst du noch ein Spiel auf? Okay, wir sehen uns gleich nach der Werbung. Oh, hallo! Also Ihnen hat das Video bisher gut gefallen. Vielleicht wird Ihnen auch das gefallen. Im Rahmen unserer Kölner Vlogs verlosen wir 2x4, 5 Euro Gutscheine für den Escape Room. Wollten Sie schon immer mal für eine Stunde mit Ihren besten Freunden oder mit Ihren besten Feinden in einem kleinen Raum eingesperrt sein? Dann ist das Ihre Chance, zuzuschlagen. 2x4 Karten. Wir müssen verrückt sein. Wir verlosen die einfach so. Und man muss schnell zugreifen, weil wir verlosen unter den Kommentaren dieses Videos und auch der Vlog-Videos diese Karten. Also schnell zugreifen, schnell kommentieren. Und du könntest der glückliche Gewinner sein für diese Karten. Man muss schnell zugreifen. Ich bin schnell weg. Und da sind wir wieder raus. Aus der Werbung rein ins Vergnügen. Haben gesichert. Vierfachsucher gesichert. Vierfachsucher? Ja, Vierfachsucher gesichert. Auto? Positiv. Hupt auf. Ist der stehen geblieben. Okay, fährt weiter. Stehen geblieben. Wir haben gerundet. Ausgestiegen. Ich bin gerade dabei gewesen, draußen zu sein. Bei den Typen. Die waren alle gerade da. Ich habe die Flanke nicht geteckt. Wo ist da noch einer hier dran? Im Raum bei mir war einer drin. Der hat mich gefinischt. Ich sehe gerade gar keinen. Ich hole dich jetzt, ne? Da, er läuft noch einer rum. Er läuft, er läuft, er läuft. Links. Links, links, links. Er ist da. Er ist nicht tot reingewiesen. Oh, fuck. Es ist noch einer. Den weiß ich doch. Den weiß ich doch, der hat mich getötet. Der fühlt Kamus Report. Aber von hinten auch noch einer. Was? Da waren sogar noch zwei übrig von denen. Ach ja, übrigens Leute. Das ist schon die dritte Runde. Okay. Ich war an der Tür. Wie lecker, schmecker sind gelandet. Ich war gerade eben an der Tür. plötzlich im haus drin auf der treppe ja ja bei mir auch irgendwie was ist aber das jetzt schon die dritte aufnahme dieses tages nach dem neuen update und man sieht ist einfach nur verwandt ist was hast du für ansprüche an dieses game dass das ohne probleme laufen soll ich bin verrückt ich gehe nicht die treppe runter back und ich bin die treppe runter gegangen okay ich hätte auf der straße gerade eingesehen so jetzt kommt die alles entscheidende entscheidung gibt es diese neuen sound features aus aus ich fahre mal per anhalter mit am straßenrand ja nimm mich immer mit sein ja christoph wird erstmal schön zu häusern auto bei mir hier ist keiner ich renne ich renne und da ist ein auto voll besetzt ähm christoph zu müssen wir müssen immer zu mir und da ist gerade hinter mir stehen geblieben ich glaube es hat mich nicht gesehen ich werde da luten wo ich gerade gelootet ob Auf dem Angriff! Okay, 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 wow, 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 okay. Also jetzt ohne Spaß, Mario. Ja, Raumaktion, Raumaktion, Mario. Die schießen gerade die Tür bei mir auf. Okay. In einer kleinen Hütte. Los, komm. Zwei Autos, einer direkt vor meinem Tür. Gib voll Gas. Fuck. Nein, nein, eine Granate! Oh, fuck. Okay, fahr doch! Komm, wir müssen hier aus der Tür. Junk, weg oben meiner Tür. Der war, der war, der steht da gerade noch. Oh, Ficker! Was? Nein, das ist gar nicht. Alter. Wir werden jeden Moment stürmen. Ah, das ist echt, ich brauche, ich kann nicht brauche. Ich bin aufgenockt und die bringen mich wieder oben. Okay. Wow. Danke. Habe ich gar nicht gesehen. War noch geflasht. Vielen Dank. Danke, wir sind auch nicht so früh. Aber da ist direkt einer, Chris! Chris! Bei mir ist auch noch einer, ne? Weg nach oben. Nein! Töt ihn, töt ihn, töt ihn! Nein! Nein, sie töten! Töt ihn! Nein, das ist das! Alter, was für eine Scheiße! Mario, wo bist du nicht mitgekommen? Ja, hier ist einer! Du hast das... Ja, toll, da waren mehrere uns! Du hättest in Autos bleiben sollen! Gott, Mario! Oh Gott, ey! In der Hütte! Ich seh keinen mehr! In der Hütte! In der Leiche drin, Mensch! Was verstehst du? In der Hütte! Oh, was? Oh, es ist ein Punkt! Oh, Mario! Was? Nix, nix! Was? Hier ist ja... Wo ihr unten gekämpft habt, war ich... Du hättest bei mir im Auto bleiben sollen, dann hätten wir die alle umgefahren. Ich hatte halt so eine Scheiß-Pose in der Hütte. Das ist der Plan, einfach weiter mit dem Auto zu fahren. Also ich dachte, wo ich gefahren wurde, ich bin tot, aber dann war Chris auf einmal vor mir. Ich dachte, warum steigst du aus? Das war gerade bei mir wie so eine Art Gotteserscheinung, weißt du? Ich war full-flashed, ne? Auf einmal seh ich, was wieder unter Full-Flashed ist. Ne, wirklich. Und ich war noch nicht tot. I beams. Der Gott. Aber, ey, grad... Weißt du, das haben die jetzt wieder... Das haben die jetzt, glaube ich, diesen Bug haben die jetzt rausgenommen, dass du an Leuten vorbeifährst und die triffst. Das haben die jetzt rausgenommen, weil ich bin zweimal an Leuten quasi an die drangewesen. Die haben keinen Schaden bekommen. Achso, du meinst so einen Meter daneben. Genau. Ja. Ich war richtig nah, du bist. Du? Du? Nein. Du hast ne, was du willst. Hahaha. 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 Hahaha.